Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch meine diesjährigen Weihnachtsgeschenke präsentieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das hier sind meine diesjährigen Weihnachtsgeschenke. Packen wir das mal aus. Fangen wir erstmal mit diesem Karton an. Ich öffne den Karton. In diesem Karton sind Schuhe drin. Jetzt geht es weiter mit dieser Tüte. In der Tüte ist drin ein Hemd. Das hänge ich schon mal an einem Kleiderbügel. Und hier ist noch ein Hemd. Jetzt packe ich das dritte Hemd aus. Dreimal dürft ihr raten, was ich als nächstes auspacke. Richtig, noch ein Hemd. Das vierte Hemd. Und das letzte Kleidungsstück, was hier drin ist, ist kein Hemd, sondern eine Strickjacke. Die Tüte ist leer. So, das waren meine Weihnachtsgeschenke aus dem Jahr 2020. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Und wenn es wieder heißt, wir sind auch nichts. Und ich bin so gut. Ich bin so gut. Wacht. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut.